Servus und hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des UrTalks. Mein Name ist Christian, aka Mr. NiceWatch und ich sitze heute mal wieder mit dem Lukas zusammen. Wir haben uns heute auf einen schönen Samstagmorgen hier zusammengeschaltet, um euch natürlich eine neue Folge UrTalk präsentieren zu können. Und wir sprechen heute über ein Thema, was wir sehr, sehr, sehr gerne machen und das ist immer so. Eigentlich ist es, Lukas, ist es ehrlich gesagt unser Lieblingsthema, würde ich sagen. Wir reden natürlich über die drei Uhren unter. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, alle haben schon so ein bisschen so eine Ahnung, in welche Richtung das gehen könnte, weil wir haben das letzte Folge angeteasert, dass wir mal so ein bisschen über Urlaubsuhren sprechen müssen. Und ja, die heiße Jahreszeit beginnt, beziehungsweise hat schon begonnen. Die ist schon im vollen Gange. Es ist richtig heiß seit Wochen. Also ich saß die Woche, saß ich bei über 30 Grad im Büro. Bei uns ist die Klimaanlage ausgefallen und ich saß schwitzend vor meinem Rechner. Das ist richtig ekelhaft gewesen. Aber es ist heiß, es ist sommerlich. Und da ist natürlich die Frage, klar, welche Uhr trägt man? Absolut. Und ja, Sommerferien haben überall begonnen. Das heißt, es geht los in den Urlaub. Und wir haben uns da mal so ein bisschen überlegt, lass uns doch mal über Sommeruhren sprechen. Und wir haben ja immer so ein gewisses Preislimit uns gesetzt. Und wir haben letztes Jahr eine Sommeruhren-Episode zum Thema Sommeruhren unter 10.000 Euro gemacht. Und heute haben wir uns halt mal gedacht, so ja, 10.000 Euro, als nächsten Schritt könnten wir halt bis 20.000 Euro gehen. Aber das verkennt halt irgendwie aus meiner Sichtweise zumindest so ein bisschen den Charakter von der Sommeruhr. Weil die soll Spaß machen, die soll unkompliziert zu tragen sein. Man soll in keiner Situation damit irgendwie unangenehm auffallen oder Gefahr laufen, dass man damit irgendwie Interesse von Leuten weckt, wo man es vielleicht nicht unbedingt wecken möchte, wenn man gerade irgendwie mal, keine Ahnung, vielleicht in, ja, irgendwie, keine Ahnung, europäische Großstädte in Urlaub macht oder vielleicht auch irgendwie eher im Süden Europas. Ja, und dann ist ja auch zum Beispiel, dann ist ja auch immer der Punkt, du reist, ja, du bist irgendwie unterwegs, du bist an den Flughäfen dieser Welt. Und dann ist ja auch zum Beispiel immer bei Flughafen, was ich immer hasse, du läufst durch die Sicherheitskontrolle. Und also bei den vielen großen deutschen Flughäfen hast du ja mittlerweile diese Ganzkörperscanner. Da kannst du die Uhren anlassen, aber gerade irgendwie international hast du ja immer wieder diese Momente, wo du dann halt alles ablegen musst, also Gürtel ausziehen und dann die Uhr ausziehen und so weiter und so fort. Und zwar auch die Schuhe. Und ich hasse das, dann meine Uhr da irgendwo dann in eine Jackentasche reinzustopfen oder dann irgendwo einfach in dieses Ablagekästchen da zu legen, was dann da durch diesen Scanner durchgeht. Also ich hasse das wirklich. Und ich habe jedes Mal, denke ich, oh, wenn da jetzt irgendjemand, gerade wenn es dann voll ist, ist, wenn da irgendjemand mal reingreift und dann die Uhr weg ist, da würde ich mich so ärgern. Und deshalb, ich glaube schon, das Ding, irgendwie wenn du jetzt in Urlaub fährst, ist es warm, ist es sommerlich, du bist unterwegs, du weißt auch nicht, was dich alles erwartet. Da ist es natürlich auch sinnvoll, vielleicht auch mal eine Uhr mitzunehmen, die jetzt nicht so extrem teuer ist. Und wo vielleicht auch mal, also natürlich soll sie nicht wegkommen, das ist klar, ja, aber die sich auch mal einen Kratzer fangen darf und wo das einfach alles nicht so schlimm ist, wenn da irgendwas passiert. Und dementsprechend haben wir uns festgelegt auf einem Budget von 2.000 Euro. Ich meine, das ist natürlich viel Geld, keine Frage, ja. Aber es ist halt auch nochmal eine ganz andere Kategorie als jetzt Sommeruhren bis 10.000 Euro, was wir letztes Jahr gemacht haben. Und darum sprechen wir heute mal eher so über dieses Einstiegspreissegment. Und ich kann schon mal ankündigen, ich habe auch wirklich Uhren unter 500 Euro hier in meiner 3-Uhren-Sammlung dabei. Also, seid gespannt. Normalerweise bist du ja immer dabei, das Budget vollkommen auszureizen. Das heißt, ja, bei einer Grenze von 2.000 Euro sind dann beim Christ ja gerne mal Uhren dabei für genau 2.000 Euro oder gerne auch mal irgendwie, ja, mit einer anderen Bandoption bei 2.050 Euro. Da drücken wir dann ja immer mal beide Augen zu und sagen, ah ja, der Konzessionär ist bestimmt so nett und gibt noch einen kleinen Rabatt oder sowas oder ein extra Band dazu. Heute, ja, bin ich überrascht, dass das bei dir so gut hingehauen hat. Ja, bei mir hat es auch echt gut gepasst. Ich denke, ich habe so ein, zwei Uhren dabei, die vielleicht noch nicht jeder auf dem Schirm hat. Nenne am Ende vielleicht noch ein paar andere Uhrenmarken, wo man so ein bisschen, ja, Inspiration sich noch suchen kann, wenn man noch was anderes sucht. Aber ja, lass uns gerne rein starten mit dem Audio-Wriss-Check. Ich habe da so eine Vermutung. Ist es eine Sub von, ja, Rolex? Tatsächlich nicht. Nein, ich habe meine Dayjust am Handgelenk. Ich hatte ja letztes Jahr, äh, letztes Jahr, sage ich, letzte Woche schon davon erzählt gehabt. Und ich, das kann ich vielleicht noch ganz kurz erzählen, ich sitze nämlich jetzt hier gerade nicht zu Hause, sondern ich sitze hier gerade in Frankfurt in einem Hotel. Ich hatte von gestern auf heute Sommerfest von meiner, von meinem Arbeitgeber. Und ich hatte so ein sommerliches Outfit an, so einen sandfarbenen Leinenanzug. Aber so ein bisschen, so ein bisschen, so ein bisschen schicker, ja. Und da fand ich dann gestern die Dayjust einfach irgendwie sehr gut zu passen. Deshalb habe ich die jetzt heute auch gerade bei mir. Ich hatte keine Lust, irgendwie zwei Uhren mitzunehmen, weil irgendwie Hotel muss auch nicht immer sein, da irgendwie alles dabei zu haben. Und, ähm, ja, dementsprechend habe ich jetzt heute die Dayjust am Handgelenk. Die hatte ich jetzt auch die Tage viel getragen. Und das ist auch eine sehr sommerliche Uhr, muss ich sagen, weil die jetzt gerade, wenn die Sonne so scheint, und dann funkelt die echt wahnsinnig. Das ist echt verrückt. Ähm, ich werde tatsächlich relativ häufig darauf angesprochen. Ähm, ganz überrascht. Also irgendwie die Sub, ich liebe ja die Sub über alles, aber die Sub, da sprechen dich nicht so viele Leute drauf an. Auf die Dayjust habe ich jetzt tatsächlich in letzter Zeit, also ich habe die jetzt noch gar nicht lang, aber schon wirklich zig Leute angesprochen. Teilweise im Büro, teilweise irgendwie so Leute, die irgendwo treffe. So, hey, cool, coole Uhr. Und, ah, ist das die Dayjust 41? Bin ganz überrascht. Also irgendwie, da kriegt man recht viele Komplimente für. Und jedem gefällt die. Also, ja. Neue, neue, neue Erfahrungen für mich. Sagen wir es mal so. Ja, deine Uhren sonst gefallen bestimmt niemandem. Nein, Spaß. Nee, die fanden alle so, ah, langweilig. Schon wieder eine Sub. Ja. Was trägst du denn, Lukas? Ja, ich habe das in der Urtalk Community Gruppe schon mal erwähnt gehabt, was ich in letzter Zeit sehr, sehr viel trage. Und das ist meine Nomos Club Campus seit langem mal wieder. Ich habe die ja sonst zu Hause gehabt im Safe oder in der Bank im Safe gehabt, in der Heimat so rum. Und hatte da irgendwie wenig die Möglichkeit, sie zu tragen. Und jetzt ist es halt was anderes, weil ich die jetzt mal wieder zu mir genommen habe, brauche da unbedingt jetzt mal ein neues Band für. Weil die Velour-Lederbänder, die sind immer super schön, wenn sie neu sind. Aber sie altern doch sehr schnell. Und gerade wenn dann Reibung und Hitze und Feuchtigkeit und so da drauf kommen, dann, ja, scheuert das so ein bisschen ab. Das wird so ein bisschen blank. Es wird eher so ein bisschen glatt. Und das sieht dann nicht mehr so cool aus. Wobei ich jetzt halt gesagt habe, ey, komm, für den Sommer hält das jetzt noch. Ich muss mir jetzt nicht im Sommer dann ein neues Band kaufen und das dann auch noch versauen. Sondern, ja, machen wir dann im Herbst. Ich will mir auch für die Uhr schon seit langem mal ein Band anfertigen lassen, weil ich ein superschönes, orangenes Lederband gerne haben möchte. Was da aber so ein bisschen schwierig ist, immer mit meinem Handgelenksumfang was zu finden, was dann so meinen Vorstellungen entspricht. Aber ja, auf jeden Fall trage ich jetzt wieder Nomos Club Campus. Bin da super happy mit. Und es ist wirklich immer, wenn man die Uhr mal wieder lange nicht getragen hat und dann wieder ans Handgelenk tut, ist es halt wirklich wie, ja, neu verliebt. Und ich bin jedes Mal aufs Neue, weiß ich ganz genau, warum ich die Uhr gekauft habe. Und auch wenn ich jetzt, sage ich mal, im Alltag vor allem eben meine IWC oder die Tudor trage, einfach weil es, keine Ahnung, ergibt sich halt so, sind halt meistens so die Uhren. Ich spiele gerne mit dem Chronografen rum oder mit der Lünette bei der Tudor. Ist es auf jeden Fall irgendwie eine Uhr, wo ich sage, okay, das ist nach wie vor die Uhr, die mich und, ja, die eigentlich am besten zu mir passt, die mich am besten irgendwie repräsentiert. Wenn man das mal so sagen möchte, ist halt einfach ein jung, cool, sportliches Design und passt halt einfach wahnsinnig gut, ist nicht so auffällig, ist nach wie vor super schön, läuft nach wie vor super gut. Ich hatte ja zwischenscheidlich mal irgendwie so ein bisschen Sorge, dass die so ein bisschen aus der, aus der, aus der, ja, wie sagt man, aus der, aus der Form läuft oder dass die Performance vom Uhrwerk ein bisschen nachlässt. Aber ich habe die jetzt, wie lange habe ich die jetzt getragen, irgendwie eine Woche und anfangs gestellt und danach lief die dann 10 Sekunden, 15 Sekunden vor. Also wenn man das mal überlegt, so super im Rahmen, nichts, wo man irgendwie nur ansatzweise sich drüber beschweren kann bei der mechanischen Uhr, schon gar nicht in der Preisklasse. Also da gibt es ja dann gerade irgendwie von anderen Marken doch Geschichten, wo die Uhren deutlich, wo die dann das als Abwechung am Tag haben oder sowas. Deswegen ist das schon echt in Ordnung. Nichtsdestotrotz ist sie jetzt im September, wird sie fünf Jahre alt, beziehungsweise im September ist sie fünf Jahre bei mir. Finde ich echt krass, wie lange, wie lange das schon, was für eine lange Zeit das dann doch ist. Aber ja, bin ich, bin ich sehr happy mit der Uhr und da ich glaube, dass ich sie dann mal in den Service geben werde. Natürlich nur ohne, ohne, ja, optische Aufbereitung, sondern eben rein Service am Uhrwerk, neues Armband und gut ist. Ja, also ist auch natürlich eine super Uhr und krass, hast du die, fünf Jahre hast du gerade gesagt, hast du sie schon, ne? Ja, September 2018 habe ich sie gekauft. Wahnsinn, Wahnsinn, hey, wie die Zeit vergeht. 2020 haben wir den Podcast angefangen, hast du ja auch schon, hast du schon zwei Jahre gehabt. Ja, da hatte ich die, aber da war das ja noch so meine einzige teurere Uhr. Ich weiß, ja, ja, ich erinnere mich. Im Sommer 2018, 2020 kam dann ja mal der Tudor dazu, dann kam lange nichts. Und dann kam jetzt im Frühjahr 2021, nee, 22, Frühjahr 22 kamen dann die IWC und die Cartier dazu. Und ich glaube, das ist es für den Moment auch. Habe da momentan nicht groß was geplant. Gibt natürlich, erwähne ich natürlich immer mal wieder, so ein paar Sachen, wo ich mit liebäuge. Aber das sind momentan halt wirklich eigentlich nur drei Sachen. Also ich hätte gerne einen alten Chronographen, äh, Quatsch, einen alten Chronomaten von Breitling aus den 90ern. Also mit richtig klapprigem Rollo-Bahn, Bicolor, volle, volle Kanne, Breitling, Proll aus den, aus den 90ern. Ähm, ein bisschen so zu hellter Uhr, wie man es vielleicht irgendwie von den Eltern dann hören würde. Ist aber ganz geil, ja. Ähm, hat für mich halt einfach einen Charme, wäre jetzt auch eine gute Sommeruhr, würde ich sagen, äh, in Bicolor. Aber ansonsten sind es halt zwei Sachen, ähm, ja, eine Breguet, eine bestimmte hätte ich gerne und, äh, noch eine IBC. Aber was konkret, ähm, ja, sagen wir wann anders mal, gehen wir wann anders vielleicht nochmal drauf ein, wenn es dann irgendwann soweit ist. Aber die beiden Uhren, die sind momentan noch etwas, etwas außerhalb meiner Preisklasse als Student. Deswegen, ähm, nach dem Studium, wenn man dann irgendwie einen Gap hier macht oder einen Berufseinstieg macht, dann kann man darüber mal nachdenken. Aber ansonsten bin ich momentan mit meiner Sammlung sehr, sehr zufrieden. Ähm, werde dann zum Winter hin, weil ich ja einfach eher Lederband-Fan bin, da mal nochmal irgendwie Geld in Lederbänder investieren. Äh, weil ich glaube, dass das irgendwie die Sammlung nochmal echt vielseitiger machen kann. Mhm. Und, ähm, ja, dann schauen wir weiter. So, ich würde sagen, lass uns einsteigen in die, in die Folge. Weil wir haben natürlich jetzt wieder ein straffes Programm. Wir wollen über viele, viele Uhren heute sprechen. Und, äh, wer soll anfangen, Lukas? Du darfst entscheiden. Fang gerne an. Oder soll ich anfangen, wie du möchtest? Na, mir ist egal. Gut, dann fange ich an, weil meine erste Uhr ist quasi die, die ich am Handgelenk habe, aber nochmal ein bisschen anders. Mhm. Ähm, ich habe ja, ich habe gerade nochmal in die andere Top-3-Uhren-Unterfolge reingehört. Also Sommeruhren letztes Jahr ist die Folge 117, falls ihr da nochmal reinhören wollt und, ähm, noch mehr Uhren für den Sommer empfohlen bekommen wollt. Hört da gerne nochmal rein. Und, ähm, da habe ich gesagt, so, ja, ich habe versucht jetzt die Auswahl mal ohne Nomos zu treffen, weil ich gesagt habe, ja, ich bringe jeder, jeder Folge dieses Formats irgendwie eine Nomos unter, weil es halt irgendwie so oft passt und weil es halt einfach eine Marke ist, die mir so am Herzen liegt. Ähm, jetzt stand ich aber die Woche nochmal beim Konzessionär vor dem Schaufenster und habe dann eine Uhr gesehen, die ich schon lange auf dem Schirm hatte, dass es die gibt, aber die halt jetzt einfach wie, wie, ja, perfekt in diese Kollektion oder in die Gruppe hier reinpasst. Und wir hatten tatsächlich in der letzten Folge oder in der letzten Ausgabe zu den Sommeruhren eine Uhr mit einem ähnlichen Ziffernblatt. Das war die Oris Pilot X oder Pro Pilot X, heißt sie, glaube ich, mit dem 5-Tage-Werk und diesem, äh, Korall, Pfirsich, Farben und Ziffernblatt. Und eine ähnliche Uhr gibt es auch von Nomos. Das ist die Club Campus, ähnliche, wie ich sie jetzt am Handgelenk habe. Und, äh, da heißt sie eben Cream Coral. Und, ja, hat natürlich jetzt auch einen Vorteil, dass ich auf die Uhr eingehe, weil, wir sparen ein bisschen Zeit. Und, ähm, es gibt die Uhr eben in zwei Varianten. Das heißt, es gibt die Uhr einmal, ähm, in der Größe, wie ich sie jetzt auch habe, in 38 Millimetern. Und dann gibt es die gleiche Uhr nochmal, oder 38,5 Millimeter hat sie, warte, jetzt lädt sie gerade, gibt es die gleiche Uhr auch nochmal in 36 Millimeter. Und das Schöne ist eben bei der Variante hier, da sind die Uhren halt auch, ich vergleiche es gerade nochmal, aber sind halt wirklich vom Ziffernblatt her gleich. Aber ich sage halt ganz ehrlich, wenn ich heute mich irgendwie nochmal für nur eine Club Campus entscheiden würde, würde ich vielleicht auch auf eine mit, also so mit einer etwas kleiner gehen. Äh, einfach weil ich mittlerweile kleinere Uhren bevorzuge. Heißt jetzt nicht, dass die aktuelle Club Campus nicht passt bei mir, das würde ich nach wie vor sagen, dass es eine gute Größe ist. Aber bei der Variante, wie ich sie habe, mit dem silbernen Ziffernblatt, mit den so blau-grauen Indizes und den orangenen Details drumherum, die gibt es halt so nicht in 38. Es gibt sie in 38 so ähnlich, da hat sie dann aber, ähm, sind die Falldi-Indizes, also der blau-graue Anteil deutlich kleiner aus. Und es ist halt, wirkt halt alles eher so pink, ähm, dementsprechend da so ein bisschen eher als femininere Variante abgetan oder abgelegt, abgestellt. Und, ähm, jetzt bringt Nomos ja in der ganzen Kollektion super viele Farben raus. Und da hatte ich jetzt eben neulich so ein Aha-Erlebnis, als ich vor dem Schaufenster beim Konzessionär stand und diese Cream Coral-Variante nochmal gesehen habe. Gibt es, wie gesagt, in zwei Größen, einmal in 36 und einmal in 38. Das Interessante ist, dass man jetzt neuerdings da auch die Option hat, bei beiden Varianten das Ganze mit Glasboden auch auszuwählen. Früher gab es das, gab es ja immer so ein bisschen, ähm, ja, hat das ja immer so ein bisschen für Verwunderung gesorgt, warum man jetzt eben bei den neuen Farben der Club Campus nicht mehr diese Ausweifung, Möglichkeit hat, ähm, eben zwischen Stahl und Glasboden zu wählen. Das hat man jetzt eben geändert und hat jetzt hier eben dann, ähm, ja, so weiße Indizes, die halt dann, ähm, mit so einer, ja, ich würde sagen, so, ja, wie kann man das beschreiben, so, so Limettengrün, äh, würde ich es jetzt vielleicht nennen, ähm, Minuterie abgesetzt sind und auch so in so einem Limettengrün eingefasst sind, was halt einen superschönen, dezenten, aber trotzdem irgendwie interessanten, sommerlichen Kontrast da noch reinbringt. Und, ja, wie gesagt, gibt es zwei Größen. In beiden Varianten schlägt das Alpha-Kaliber, also so das erste Handaufzugsmanufakturwerk von Nomos, äh, was wir entwickelt haben. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, Folge 122 mit dem Mirko Heine ist da sehr interessant, mit dem, äh, Leiter, äh, für Forschung und Entwicklung bei Nomos. Und, ja, gibt hier super viele Varianten, äh, mit, mit Bändern. Klassisch kommt es ja an so einem grau, hellgrau, sandfarbenen Velour-Lederband. Ähm, man hat aber eben auch zwei Stahlbänder zur Variante. Einmal so ein, so ein, äh, etwas einfacheres, was halt, ähm, ein bisschen feingliedriger ist, äh, was halt einfach nur so, ja, man kennt es vielleicht jetzt, um es ganz böse zu sagen, vom Schließen-Mechanismus her irgendwie von den Casio-Uhren am Stahlband, äh, oder auch an meiner Seiko habe ich es auch dran, wo man halt einfach keine Glieder aus dem Band rausnimmt, weil es halt eben so flach ist, sondern halt einfach so einen Schieber hat, den man auf dem unteren Teil des Bandes verschiebt und dann halt eben, ähm, das Ganze eben den oberen Teil dann nur einhängt und zuklippt. Hatte ich mir auch schon mal überlegt zu kaufen. Und alternativ gibt es noch das Metallbandsport, ist dann eben ein bisschen, ähm, ja, gröber noch. Da werden dann eben auch Glieder rausgenommen, man hat eine normale Fallschließe. Und, äh, ich würde tatsächlich, glaube ich, das, das einfache Stahlband nehmen, einfach, weil ich es ein bisschen unkomplizierter finde. Es ist deutlich günstiger, also das, ähm, das, das Velour-Lederband, mit, mit Velour-Lederband kostet jetzt die 38er-Variante, äh, einen Moment. Die 38,5-Millimeter-Variante kostet am Velour-Lederband 1.400 Euro mit Stahlboden und, ein Moment, lädt gerade, 1.600 Euro mit, äh, Saphir-Glasboden und mit Metallband sind es halt, ähm, dann 70 Euro mehr. Und wenn man dann das Sportband nehmen, haben möchte, sind es noch mal 300 Euro mehr. Deswegen würde ich da tatsächlich dann auf die Variante mit dem Glasboden und dem, ähm, und dem einfacheren Stahlband gehen. Das heißt, wir sind dann bei 1.670 Euro, sehr gut im Budget. Und alternativ, ich suche es gerade noch mal raus, kann man ja auch auf die kleine Variante gehen, die ist noch mal 100 Euro günstiger. Das heißt, ähm, mit Stahlboden sind es da 1.300 Euro, mit Saphir-Glasboden sind es dementsprechend 1.500 Euro. Und, ähm, mit dem einfachen Stahlband, ähm, sind es dann, oder mit dem feineren Stahlband sind es dann 1.570 Euro. Und das wäre meine erste Uhr. Ja, gibt es noch groß was zu sagen? Man hat ein vollpoliertes Gehäuse, äh, relativ flach. Also die, äh, die, die 36er-Variante ist gerade mal, äh, 8,2 Millimeter hoch. Man hat einen Lack-to-Lack von 47,5 Millimeter. Und das ist natürlich schon recht groß. Vielleicht auch da einen Grund, äh, eben auf die kleinere Variante zu gehen, beziehungsweise die kleinere Variante auf jeden Fall mal anzuprobieren. Bei der kleineren Variante hat man 18 Millimeter Bandanschlussbreite, bei der großen hat man 20. Und dementsprechend, ähm, ja, das sind so die Specs dazu. Man hat eben so einen California-Dial, das heißt, man hat römische, aramische und Strichindizes. Und, ähm, ja, superschöne Uhr. Ich bin meiner sehr zufrieden und, ähm, das ist meine erste Wahl. Ach ja, ganz wichtig noch, 10 Bar Wasserresistenz. Also kann man auch gut mit schwimmen im Sommer, kann man gut mit reisen und dann mal mit in den Pool nehmen. Deswegen, äh, würde ich da dann halt auch eher zu dem, zu dem Stahlband tendieren. Mhm. Also coole Uhr, natürlich sehr typische Wahl für dich, aber, ähm, ist auf jeden Fall eine absolute Sommeruhr. Ich finde die gerade auch diese, diese Cream Coral, äh, Zifferblattfarbe finde ich irgendwie ganz cool. Ich habe die bei der Vorstellung, dachte ich anfangs so, hm, okay, das ist halt wie so ein, so ein ausgeglichenes Rot oder so Lachsfarben irgendwie. Das hat mich nicht so richtig abgeholt. Ich muss aber sagen, je häufiger ich das sehe, äh, desto cooler finde ich es. Und gerade für den Sommer finde ich es irgendwie sehr, sehr lassig. So auf gebräunte Haut kann ich mir das echt richtig gut vorstellen. Also, schönes Teil auf jeden Fall. Ja, safe ist halt auch sehr schön, finde ich, ähm, mega, dass die halt sehr unisex tragbar ist. Das heißt, das ist auch wirklich eine Uhr, die kann man sich mal in die Sammlung holen und vielleicht, wenn man die, die Frau dann noch ein bisschen mehr mit dem Hobby anfixen möchte, kann man die dann, äh, wenn der Sommer vorbei ist und auch mit der, der besseren Hälfte ans Handgelenk geben. Ähm, deswegen, ähm, eine sehr, sehr schöne Uhr, die man sich vielleicht dann auch, wenn man mögt, mag, teilen kann. Mhm. Und, ähm, ja, meine erste Wahl. Ja, es gibt noch ein paar andere sehr sommerliche Farben oder Farben, die man auch im Sommer tragen kann, um es mal so zu nennen. Gibt da Electric Green, das ist wirklich, ja, so ein, ja, der Name beschreibt es eigentlich ganz gut, ist so ein giftiges Grün. Also eher so ein, so ein, so ein, ja, eher so ein, so ein blaustichiges Grün. Dann gibt es noch so ein Future Orange, die gibt es schon länger. Ist halt wirklich ein sehr, 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 sehr tiefes Orange, sehr, sehr dunkles Orange, würde ich eher sagen. Äh, geht schon, ja, wirklich in so eine, hat genau die Farbe wie so eine sehr, sehr reife Orange. Und dann gibt es halt noch, äh, Deep Pink, mag ich persönlich nicht so gerne. Es gibt noch Blue Purple. Also da gibt es viele verschiedene Farben, äh, jeweils dann auch in den verschiedenen Größen. Deswegen, ähm, auf jeden Fall mal einen Tipp wert, auf jeden Fall mal reinschauen. Und dann, ähm, bestimmt wird da jeder irgendwie findig oder, ähm, ja, wenn er da auf der Suche ist. Ja, cooles Teil. Dann mache ich jetzt mal direkt weiter und, ähm, ich nehme jetzt eine Uhr. Ah, ich überlege jetzt gerade, wie ich am besten anfange. Na, okay, also ich fange vielleicht mal mit der, mit der, mit der offensichtlichsten der Uhren an, die ich jetzt hier ausgewählt habe. Und zwar, ähm, Sommer, Sonne, wir wollen natürlich an den Strand, also brauchen wir einen Diver. Selbstverständlich, oder? Ja, und, ähm, es muss ein, es muss eine Uhr sein, die, die, die sportlich ist. Und mir war wichtig, bei allen Uhren, die ich jetzt ausgewählt habe, dass wir zumindest ein bisschen Farbe haben. Weil das jetzt so eine schwarze Uhr im Sommer, also komplett schwarz oder wie auch immer, schwarzes Zifferblatt, ist vielleicht ein bisschen langweilig. Und dann dachte ich mir, okay, dann lass uns einfach mal ein bisschen mit Grün arbeiten. Und, ähm, dementsprechend bin ich auf die Longines Hydrocon Quest gekommen. Ihr kennt die Uhr grundsätzlich. Es ist natürlich jetzt keine, keine, keine Uhr, die jetzt gänzlich irgendwie neu und unbekannt ist. Ähm, ich würde die Variante in 41 Millimeter nehmen, weil es einfach eine Größe ist, die, die sehr, sehr gut tragbar ist, auch, ähm, sehr breit ertragbar ist zu verschiedensten Outfits. Und, ähm, ich habe mir jetzt die Variante ausgewählt, die, ähm, in einem so sehr schönen Kaki-Grün kommt, an einem, äh, ebenso Kaki-Grünen Kautschukarmband. Die Uhr kostet 1.900 Euro, also füllt dementsprechend das Budget oder reizt das Budget insofern quasi ziemlich aus. 100 Euro Puffer hätten wir noch. Äh, für diejenigen von euch, die, die jetzt genau wissen wollen, welches Modell ich meine, das ist die Referenz, ist bei Longines ja immer ein bisschen schwierig, L3.781.4.06.9. Also, äh, wird wahrscheinlich sich keiner auswendig merken können, aber, ähm, ich beschreibe die Uhr trotzdem mal für euch, ähm, es ist das klassische Design der Longines ja im Hintergrund, wie ihr es schon kennt, ähm, man hat ein, wie gesagt, 41 Millimeter Edelstahlgehäuse, die Uhr hat eine grüne, äh, einseitig drehbare Keramiklünette, ähm, mit einer klassischen Taucherskala drauf, also von, von 0 bis 60 durch, ähm, man hat ein Datumsfenster auf 3 Uhr, das können, manche vielleicht als kleines Manko sehen, ich finde das tatsächlich ganz praktisch, aber das ist natürlich immer Geschmackssache, man hat diese etwas größeren, äh, Indizes auf 6, 9 und 12, äh, die ausgeschrieben sind, ansonsten hat man immer so diese, diese Punkt, äh, Punktindizes, ähm, das, das Zifferblatt ist genau wie die Keramiklünette und eben das Armband, alles in so einem durchgängigen Kaki-Grünton gehalten, wir haben eine verschraubte Krone, die von Kronenschutz, äh, eingefasst ist, im Inneren ist das Kaliber L, 888 verbaut, das ist letztlich ein, ein ETA-Werk, das ist das ETA-A31L01, ähm, das ist ein klassisches ETA-Werk, ähm, was, ich weiß gar nicht, ob es nur für Longines hergestellt wird, oder auch für andere, aber ich glaube, es ist vorwiegend bei Longines im Einsatz, aber ETA und Longines hängen ja auch sowieso sehr, sehr eng zusammen, und ETA macht ja viele Werke auch ausschließlich für Longines, ähm, ähm, genau, letztlich, was, was gibt's zu der Uhr, äh, noch zu sagen, natürlich ist sie 300 Meter wasserdicht, wie sich das gehört, für so einen richtig schönen, äh, für so eine richtig schöne Taucheruhr, ähm, sie ist, ähm, ja, flach möchte ich jetzt nicht sagen, aber sie hat eine Bauhöhe von 11,9 Millimetern, das heißt also, sie, sie trägt auch nicht zu arg auf, ähm, ich finde, das ist, ähm, ja, so diese knapp 12 Millimeter, das ist ähnlich wie bei einer Submariner zum Beispiel, also da haben sie, haben sie ähnliche Proportionen in Summe, die Uhr kommt mit einem verschraubten, äh, Gehäuseboden, ähm, wer hat, Longines hat jetzt hier keinen Glasboden, sondern so einen geprägten, ähm, ähm, ja, Edelstahlboden, da, da sieht man dann auch dieses, dieses klassische alte Longines-Logo, diese geflügelte Sanduhr drauf, äh, ist ganz nett anzusehen, ähm, kann man, kann man machen, manche hätten sich vielleicht einen Glasboden gewünscht, andererseits ist das Werk jetzt, was verbaut ist, jetzt auch nicht sonderlich spektakulär, also man muss das nicht unbedingt sehen, und ich würde sagen, in Summe ist das einfach eine Uhr, die ein solider Diver ist für alle möglichen sportlichen Aktivitäten, ich finde sie halt gerade an diesem grünen Kautschukband eigentlich ganz lässig, ich finde das, das sieht einfach auch cool aus und das ist halt so eine Uhr, die für mich persönlich auch so ein bisschen nach Urlaub schreit, also das ist so eine Uhr, die willst du einfach auch mit ans Meer nehmen, die willst du ins Wasser nehmen, da willst du, die willst du irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht zu so einer, zu so einer lässigen, grünen, ja, Chino oder, dazu, um einer grünen Badehose oder sowas kombinieren, also die, die, die Uhr schreit für mich einfach Sommer, Sonne, Strand, äh, rausgehen, Abenteuer, was erleben und, äh, genau deshalb habe ich sie ausgewählt, weil das so dieser Vibe ist, den ich jetzt im Sommerurlaub auch dann gerne hätte. Ja, die Uhr finde ich tatsächlich sehr cool, hatte ich auch überlegt mit reinzunehmen, mir war sie dann von den Farben her nicht unbedingt sommerlich genug, aber ist natürlich auch sehr cool zu wissen, dass man, äh, die Uhr bedenkenlos über das ganze Jahr tragen kann und ja, Hydroconfest immer in dieser ganzen Diver-Kategorie unter 2000 Euro, wirklich immer No-Brainer, wirklich eine oft genannte Uhr und, ähm, daher von mir aus Daumen hoch, echt eine gute Wahl. Genau, was man vielleicht abschließend noch sagen kann, weil du jetzt eben die Farbe noch angesprochen hast, die gibt es natürlich auch in anderen, äh, Varianten, ne, also die gibt es mit so einem grauen Zifferblatt, dann ist sie natürlich nochmal universeller, dann gibt es die mit einem ziemlich strahlend blauen, äh, Zifferblatt, normal wäre ja blau bei mir immer die Wahl, aber ich fand jetzt das Grün tatsächlich ganz cool, ähm, ähm, das erinnert mich auch so ein bisschen an das Grün der CQ, äh, von, von Glashütte Original, die, die es ja auch mit so einem Kaki-Grün gibt und, aber da, da gibt es natürlich zig Varianten und wie du sagst, letztlich ist die Hydroconfest immer irgendwie auch ein No-Brainer, äh, und diese Variante jetzt hier in 41 Millimeter mit diesem grünen Blatt ist aber auch relativ neu, also die gibt es, glaube ich, noch gar nicht so lange, ähm, ich muss mal gucken, wann die vorgestellt wurde, aber ich meine, die ist jetzt erst maximal ein Jahr alt oder sowas, also die gibt es tatsächlich noch nicht so lange am Markt. So, aber Lukas, dann mach gerne weiter, äh, was ist deine zweite Wahl gewesen? Ja, 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 eine Uhrenmarke, die man vielleicht jetzt nicht unbedingt unbedingt auf den ersten Blick mit mir assoziiert, aber es doch teilweise schon sehr, sehr, ja, krasse Uhren sind oder sehr, sehr grobe Uhren, ähm, aber momentan echt so ein kleines Revival und so ein kleines Hype erleben, sind ja die Taucheruhren von Doxa. Ah, du bist ein Fuchs. Ich muss ganz kurz, also ich kretsch ganz kurz rein, ähm, ich hatte tatsächlich auch überlegt, eine Doxa zu nehmen und ich hab irgendwie, hatte ich heute, hatte ich vorher noch gedacht, hm, aber Doxa, es könnte sogar sein, dass du mit sowas um die Ecke kommst. Deshalb, ich hab's nicht genommen, aber jetzt bin ich sehr gespannt, was du bringst. Ja, Doxa ist ja immer so ein bisschen bekannt dafür, so, ja, vintage-inspirierte Uhren zu machen, ähm, hat ja eine lange Geschichte, also gegründet wurde die Marke im Jahre, lass mich kurz gucken, 1880, also schon wirklich eine Uhr mit viel Tradition und, ja, lange so ein bisschen in Vergessenheit geraten, hat viel oder war gerade in den 60er, 70er Jahren sehr dafür bekannt, 1967 wurde erstmal so das ganze Sub-Design vorgestellt und dann ging es vor allem eben damit so, ja, zweckentwickelte, professionelle Taucheruhren rauszubringen, die sich vor allem eben, ja, im Gegensatz zu vielen anderen Marken eben erstmal an Sporthaucher gerichtet haben, äh, dann nachher dann aber eben auch, ja, an Berufstaucher oder Militärtaucher und, ähm, ja, haben da eben sehr markante Designs gemacht mit sehr, sehr, ja, teilweise auffälligen Farben, bunten Lünetten, bunten Zeigern und, ähm, sehr, sehr großen, massiven, dicken Gehäusen, wie sie halt eben, ja, tendenziell in den 70er Jahren auch üblich waren, so ein bisschen so Kissengehäuse, TV-Shape, ne, wobei TV-Shape nicht, aber so ein bisschen, ja, so Kissenförmig, Turnoförmig, je nachdem, so eine Mischung aus beidem und, ja, lange so ein bisschen in Vergessenheit geraten, erlebt das jetzt momentan echt so ein bisschen so ein Revival, ähm, ja, wurde losgetreten, so ein bisschen mit der vierten Familiengeneration, die da jetzt seit, ähm, 1997 wieder, äh, am Start ist und, ähm, ja, mit 2019 dann eben mit einem neuen CEO, äh, geht das da jetzt wieder richtig los und wir haben ja bei uns in der Uhrengruppe schon einige, die eben die Doxa-Taucheruhren tragen, gerade eben so als Urlaubsuhren oder dann teilweise eben auch mal, wenn sie auf irgendwelche Musikfestivals gehen und so weiter, dementsprechend, ja, habe ich da gleich dran gedacht, als es so drum ging, ähm, ja, robuste Uhren, Taucheruhren für Strand, Sonne, Meer und dann gleichzeitig halt eben auch, ähm, ja, knallige Farben, äh, wie es eben so ein bisschen in der Doxa-Historie gibt, äh, oder liegt. Leider sind die Uhren meistens relativ groß und deswegen habe ich jetzt mal so ein bisschen geguckt, okay, was ist das so das, das Dezenteste und, ähm, ja, Modell, was ich da irgendwie am ehesten sehen würde, weil es irgendwie so ein bisschen unauffälliger ist und das ist die Sub 200 Diving Star und da gibt es super, super viele verschiedene Uhren, äh, oder Farben. Es gibt eine schwarze Variante mit so ein bisschen Vorpatina und so, so Gold-Bronze-Farbenen Indizes auf der Lünette, dann gibt es eine knallig-orange, dann gibt es eine weiße, also so ein silbernes Differenblatt mit schwarzer Lünette, dann gibt es eine blaue, eine gelbe, äh, dann gibt es eine komplett weiße. Ich habe mich aber, gerade weil es halt jetzt für mich echt so ein bisschen zu diesem Thema Sommer, Sonne, Strand, Pool und sowas passt und halt auch einfach momentan noch im Hype ist, äh, für so ein Tiffany-Blau beziehungsweise Doxa nennt es, äh, Türkis entschieden. Ist halt wirklich so ein, ähm, ja, ist Türkis halt und da gibt es verschiedene Varianten. Gibt es einmal, ähm, ähm, am Kautschuk-Band, es gibt einmal das Ganze aber dann aber auch noch an so einem feineren Stahlband. Ja, ist das schon Beats of Rice, geht so ein bisschen in die Richtung, würde ich sagen. Und, ähm, würde ich auf jeden Fall auch das Stahlband nehmen. Kautschuk-Band kann man immer noch dazukaufen. Zwischen den beiden Varianten liegen 40 Euro. Das heißt, äh, Stahlband kostet 1090 und Kautschuk kostet 1050. Deswegen auf jeden Fall das Stahlband nehmen. Und man hat hier eben ein sehr, sehr klassisches, äh, Taucheruhrendesign, wie man es halt eben, ja, äh, stilistisch eben in den 70er Jahren zuordnen würde. Das heißt, wir haben wirklich so ein, äh, Kissengehäuse, was so ein bisschen, ähm, ähm, ja, sehr rundlich ist, sag ich mal, oder sehr so, so tonoformig. Förmig kann man, glaube ich, ganz gut sagen. Hat einen Durchmesser von 42 Millimetern. Aber aufgrund der Bauweise, oder aufgrund der Gehäuseform, dadurch, dass die Hörner halt, ähm, komplett aus dem Gehäuse übergehen, hat man sehr, sehr kurzes Lack-to-Lack. Ich gucke gerade mal, ob man das Maß hier findet. Ähm, Gehäuse 46 Millimeter. Das heißt, es ist ein, ja, sehr, sehr kurzes Lack-to-Lack, wenn man sich jetzt mal erinnert, dass die, die kleine 36er Nomas Club Campus, glaube ich, auch schon 46,5 Millimeter hatte. Es ist da halt wirklich dann von der Präsenz eine Uhr, die sich wahrscheinlich ähnlich trägt. Gut, wir haben hier natürlich nochmal eine andere Gehäusehöhe. Das heißt, wir haben, äh, 13,8 Millimeter Gehäusehöhe. Das baut dann halt einfach nochmal ein bisschen mehr auf. Das liegt halt aber auch an der Taucherlünette. Das liegt am Uhrwerk, dadurch, dass es hier eben Automatik ist. Steht jetzt leider nicht geschrieben, welches Uhrwerk das ist. Ich tippe da mal auf ETA, Selita, irgendwie sowas in die Richtung. 38 Stunden Gangreserve. Ähm, ja, verziert von Doxa steht hier. Aber ich glaube, ähm, ist jetzt auch nicht unbedingt so entscheidend, welches Uhrwerk da drin tickt in der Preisklasse bei so einer Uhr für den Sommer. Wir haben eine verschraubte Krone, 200 Meter Wasserdichtigkeit. Und, ja, einseitig drehbare Lünette, Saphirglas, Stunden, Minuten und Sekundenzeiger und ein Datum auf drei, was ich hier ganz, ganz schön integriert finde. Ähm, weil es weiß ist, äh, dementsprechend so die Indize-Farbe wieder aufgreift und, äh, die schwarzen Kassen. Finde ich hier schön gemacht. Sieht aus wie, wie ein Indize im Prinzip und, ähm, ist sicherlich auch nicht verkehrt, wenn man dann noch den Überblick haben möchte, wie viele Urlaubstage man noch übrig hat. Ansonsten, man, äh, greift die, dieses türkise Farbe, diese türkise Farbe vom Ziffernblatt eben auf, ähm, der Lünette wieder auf. Man hat zudem so ein kleines farbliches Element, so ein kleines farbliches Highlight in genau dieser Farbe eben auch noch in der Krone. Und, ja, ist ein bisschen vielleicht nicht unbedingt das Doxa-Design, was jetzt die meisten Leute irgendwie im Kopf haben, wenn man, äh, an Doxa denkt, sondern, ähm, eher so ein bisschen klassischer. Ich denke, sie wird sich sehr ähnlich tragen wie jetzt irgendwie eine Seiko SKX, einfach weil es ähnliche Maße hat, ähnliche Bauhöhe und so weiter und so fort. Und, ja, das ist meine zweite Uhr. Finde es echt cool. Ähm, würde ich gerne mal anprobieren. Und, ähm, ja, was sagst du zu der Uhr? Wie gefällt es dir? Was, was kostet, was kostet sie jetzt nochmal? Tausend? Am Schleiber 1090 Euro. 1090, ja. Also, ganz ehrlich, es ist ein super attraktives Gesamtpaket, finde ich, für den Preis. Ähm, es ist eine Uhr, die aus meiner Sicht absolut Sommer schreit, ja. Ich finde die auch ganz witzig an diesem Kautschukarmband, was auch diesen Beats-of-Rice-Look hat. Und dann die Farbe nochmal anders aufgreift. Also, äh, gefällt mir tatsächlich gut. Ich bin an sich gar nicht so der Freund von dem klassischen Doxa-Design, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, ich tue mir mit den Gehäuseformen immer so ein bisschen schwer. Ich finde aber diese, weil die halt, die Gehäuseform ist ja hier so ein bisschen anders. Ich weiß gar nicht, du hast es so ein bisschen tonoförmig beschrieben, ja. Kann man, kann man schon sagen. Ja. Die gefällt mir tatsächlich einfach von der Gehäuseform ein ticken besser als die normalen Doxas. Und ich finde die sehr gelungen optisch. Und ich finde das eine richtig coole Uhr. Und die kombiniert irgendwie so dieses, ja, so ein bisschen 70s-Vibes und trotzdem mit diesem Sommerspaß-Thema. Also, eine Uhr, die für mich absolut nach Urlaub schreit. Und, ähm, ja, also, würde ich auftragen. Finde ich geil. Gefällt mir gut. Coole Wahl. Das freut mich sehr. Ja. Schieß gerne los mit deiner letzten, oder? Quatsch mit deiner. Nee, meine zweite. Meine zweite. Ja, ich bin schon bei der letzten gleich. Genau. Ich nehme jetzt auch eine richtige spaßige Uhr für den Sommer. Und zwar auch eine Uhr, die jetzt, ähm, so in der Form relativ frisch vorgestellt wurde. Ich glaube tatsächlich sogar in der vergangenen Woche, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe. Und zwar bin ich bei der altbekannten Marke Formex. Ihr kennt natürlich Formex alle, ähm, ja, Microband möchte ich nicht sagen. Es hat sich mittlerweile, hat sich die Marke etabliert. Aber, ähm, eine junge Schweizer Marke, die sehr vieles sehr kreativ macht und, äh, sich in den letzten Jahren gerade in der Community einfach einen sehr guten Ruf erarbeitet hat. Äh, wir hatten den CEO, den Raphael Granito auch ganz am Anfang im Urtag auch mal im Podcast. Ähm, das war Anfang 2020, äh, wer, wer da zurückhören möchte. Muss so um die Folge 10 rum irgendwas gewesen sein, meine ich. Ähm, und Formex ist eine Marke, der, ich, ich finde immer wieder cool, was die machen, weil die haben sich gerade so mit dieser Essence-Kollektion eine Kollektion aufgebaut, die vom Design her sehr, sehr gut ankommt und in der sie aber sehr viel Variation reinbringen. Das heißt, sie, sie spielen dort mit, mit verschiedenen Zifferblatt-Varianten, haben teilweise so seltene Steinzifferblätter als verbaut, Meteoritblätter. Dann, äh, arbeiten sie viel mit Farben. Dann arbeiten sie viel mit verschiedenen, äh, Gehäuse-Materialien. Dann variieren sie mit den Größen. Es gibt die eigentlich als 43, also als 43-Millimeter-Variante und als 39, äh, also als 39-Millimeter-Variante. Ähm, und haben dadurch irgendwie so eine, eine, ein Modell, was unglaublich variabel ist und, äh, vielfältig, vielseitig und auch sehr, sehr gut bei der Community ankommt. Und die Uhr, die mir tatsächlich jetzt, ähm, letzten Zeit ins Auge gestochen ist, weil sie jetzt auch gerade vorgestellt wurde und die aber für mich auch absolut nach Sommer schreit, ist eben die Essence Legera 43 in, äh, der neuen Splash-Variante. Und Splash-Variante heißt hier in dem Fall, dass man diese Uhr, ähm, die Essence Legera in fünf knalligen Zifferblattfarben hat. Und zwar einerseits in einem Orange, was Formex Sunset Orange, äh, nennt, dann einem Babyblau, dann einem Dschungelgrün, einem, ähm, ähm, Lavender Purple, also so einem, ähm, was, Lavender, so so Flieder, ja, naja, also ist auf jeden Fall so ein Lila-Ton, ähm, muss man sagen. Lavendel-Farben. Ja, ja, Lavendel, so, nicht Flieder, sondern Lavendel, ja, äh, Lavendel, äh, Lila. Und dann hat man noch so ein, ja, so ein sattes, sattes, schönes, sonniges Gelb. Ähm, das sind so diese vier verschiedenen Farbtöne. Und sie haben diese Farbtöne von, von Zifferblättern in, in beiden Varianten der Essence reingebracht, also in der, in der, in der, in der 43 ist es die Legera. Das heißt, die kommt da mit einem komplett schwarzen, ähm, Carbon-Gehäuse. Oder es gibt sie alternativ auch in der etwas, ähm, ja, vielleicht eleganter wirkenden 39. Das ist dann ein, ein Edelstahl-Gehäuse. Aber hier halt dann eben auch mit diesen bunten Zifferblättern. Ich habe mich jetzt hier einfach zu, zugunsten des Fun-Faktors für die etwas größere Variante mit dem, ähm, Forged Carbon-Gehäuse. Also es ist so ein, so ein, Carbon-Komposit, ähm, Gehäuse, ähm, entschieden. Es ist ein komplett schwarzes Gehäuse. Das ist, ich hatte ja eben gesagt, ja, im Sommer passt schwarz gar nicht so gut. Ich finde aber hier, gerade in der Kombination mit so einem farbigen Blatt, das ist dann schon sehr, sehr lässig und sehr, sehr cool. Ich hatte mich jetzt persönlich auch entschieden für diese Babyblau-Variante. Das ist auch so ein Türkis-Blau. Wird ja gerne jetzt mittlerweile immer so als Tiffany bezeichnet. Ähm, ja, da hat natürlich jetzt jeder Hersteller irgendwie so seine, seine Variante und seine, seine Abwandlung dieses, dieses Babyblaus gefunden. Ähm, ich, ich finde es auf jeden Fall ganz cool und ich finde, es kommt sehr, sehr cool, ähm, hier im Kontrast gerade mit diesem komplett schwarzen Gehäuse. Ähm, man, man kann dann auch mit, mit verschiedenen Bändern spielen, was es halt auch immer noch ganz nett macht. Also Formex bietet eine relativ breite Auswahl von Bändern. Da hast du irgendwie Textilbänder, Lederbänder, alles Mögliche kannst du dir da aussuchen. Es gibt dann zum Beispiel so ein Lederband, was eben auch diesen, diesen Babyblauen Farbton aufgreift. Ähm, sieht, sieht aus meiner Sicht sehr, sehr lässig und cool aus. Ein Detail, was ich sehr positiv, äh, erwähnen möchte auch, ähm, man hat dieses Blau-Konzept wirklich sehr stimmig umgesetzt. Und zwar hat man sogar die Datumsscheibe in dem gleichen Blau-Farbton, ähm, ähm, produzieren lassen, ähm, so dass man, ähm, zwar ein Datumsfenster jetzt hier auf 6 Uhr hat, was sich aber sehr dezent in das Gesamtdesign einfügt, weil es einfach nicht so deutlich hervorsticht und, ähm, man einfach nur so eine schwarze Zahl auf diesem blauen Hintergrund sieht, ähm, was einfach dann ein sehr stimmiges Bild in diesem blauen Zifferblatt ergibt. Ähm, ansonsten, ähm, was gibt es grundsätzlich zu der Uhr zu sagen? Ja, ich habe das eben schon gesagt, diese Variante misst jetzt 43 Millimeter im Durchmesser. Da wird der ein oder andere von euch sagen, ah, das ist schon recht groß. Ja, kann man vielleicht sagen, die trägt sich nicht ganz klein, das stimmt schon, aber sie ist immer noch tragbar. Und, ähm, die Uhr ist relativ flach mit 11 Millimetern, ähm, das ist also von den, von den Proportionen hat man, ist das, ist das, finde ich schon okay. Bandanstoß sind 42 Millimeter, ähm, wie gesagt, Formex bietet da auch eine breite Auswahl an möglichen Bändern. Formex ist ja sowieso ganz gut da drin, so verschiedene Bandwechselsysteme und so Sachen zu inkludieren, auch in den Schließen, ähm, selbst bei den, bei den Lederbändern und so weiter sind dann nochmal so, äh, fein, äh, so, so Mechanismen zur, zur Feinverstellung drin, ähm, das ist alles in allem wirklich, wirklich gut gemacht. Äh, Lack-to-Lack hat die Uhr einen, äh, Durchmesser von, äh, 49 Millimetern, also auch das, finde ich, ist noch okay, äh, wie gesagt, es ist keine ganz kleine Uhr, aber ich finde, sie ist auch in einem schmalen Handgelenk noch ganz gut tragbar. Ich hatte selbst, äh, eine Zeit lang mal eine, ähm, ja, diese, diese Essence, äh, in 43 Millimetern gehabt, ist natürlich nicht in dieser legerer Variante. Die legerer Variante, dazu kann ich vielleicht auch noch was sagen, das sind dann immer eben diese, äh, leichten, äh, Varianten, die aus diesem, äh, schwarzen, ähm, ja, Carbon-Gehäuse gefertigt sind, ähm, die wiegt in Summe nur 50 Gramm. Also die Uhr ist wirklich, wirklich, wirklich leicht und deshalb finde ich, dass sie auch sehr, sehr gut auch gerade zu dem ganzen Sommerthema passt, weil man ist unterwegs, man will eigentlich da gar keine große Last am Handgelenk haben, ähm, man wird diese Uhr auf, auf Dauer gar nicht, gar nicht groß merken, ja, die wird, die wird sich, die ist zwar groß vielleicht, oder verhältnismäßig groß, aber du, du wirst sie nicht am Handgelenk spüren, äh, sie hat eine Wasserdichtigkeit von 100 Metern, das heißt, man kann entspannt mit ihr schwimmen gehen, gut, je nach Wand halt, ne, also wenn ich jetzt ein Textilband dran hab, dann ja, beim Lederband würde ich vielleicht eher aufpassen, würde ich jetzt nicht unbedingt zum, zum regelmäßigen Schwimmen im Meer nehmen, ähm, ja, und in Summe finde ich, dass es einfach eine, eine lässige und coole Uhr ist und vielleicht abschließend für euch jetzt noch die Frage war, gut, was kostet jetzt so ein Gesamtpaket, äh, 1790 Euro und ich finde, das ist wirklich attraktiv und das macht Formex wirklich gut, ähm, im Inneren auch das vielleicht noch, weil das ist sicherlich auch mal eine Frage, die ihr jetzt hier stellen werdet, was für ein Werk ist da verbaut, das ist ehrlich gesagt ein Standardwerk, das ist ein Selita SW201, ähm, also das ist, ja, das ist solide, das ist alles okay, man kann das Werk durch den, durch den Saphir-Klaus-Boden sich anschauen, das ist ehrlich gesagt nicht sonderlich sehenswert, aber es ist schon okay, ja, ähm, und das ist ein robustes Ding und in Summe einfach eine Uhr, wo ich sage, hey, die schreit irgendwie so auch für mich gedanklich so nach, nach Sommer, nach Urlaub, nach, nach rausgehen, nach Spaß haben und, äh, deshalb habe ich sie ausgewählt. Stark, hatte ich nicht auf dem Schirm und ich muss auch zu meiner Schande gestehen, dass ich bis jetzt noch keine Formex am Handgelenk oder in der Hand hatte. Das müssen wir eigentlich ändern, Lukas, das müssen wir mal ändern. Hat sich bis jetzt irgendwie wirklich noch nicht ergeben, ähm, auf den Events, wo ich war oder Get-Togethers hatte irgendwie nie jemand einer dabei und man hat natürlich immer sehr, sehr viel Gutes davon gehört, gerade die Essence fand ich auch immer spannend, du hattest sie ja in so einem, ja, was war, mit so einem Femir-Blatt, wenn man es so nennen möchte, dann so grau-braun-Kaffeefarben, so, so changierte das so ein bisschen, war halt so, das fand ich sehr, sehr cool, weil es einfach mal was anderes ist, weil man kennt halt irgendwie so graue Ziffernblätter mit Sonnenschliff, man kennt, ja, aber sowas eher noch nicht oder sehen wir uns zumindest seltener, deswegen fand ich die immer cool, aber bis jetzt eben noch keine Formex in der Hand gehabt, ergibt sich bestimmt auch bei irgendeiner Gelegenheit mal. Auf jeden Fall, das kriegen wir hin, das, das, das kriegen wir definitiv hin. Formex ist natürlich immer die Schwierigkeit, dass du sie halt normalerweise so jetzt nicht irgendwo in den Läden siehst, sondern die sind ja vor allem eigentlich in diesem oder vorwiegend so Direct-to-Consumer unterwegs, das heißt also irgendwie, du bestellst halt direkt in der Regel bei ihnen, sie sind immer mal wieder auf Messen und sowas vertreten, also zum Beispiel auf der Watchtime in Düsseldorf sind sie regelmäßig dabei, vielleicht ergibt sich mal die Möglichkeit, also du musst dir auf jeden Format angucken, weil die machen schon wirklich gute Sachen. Ja, ja, safe, machen wir, kriegen wir hin. Ja, Watchtime in Düsseldorf habe ich mir auf jeden Fall auch mal vorgenommen, da mal hinzugehen, hat sich jetzt irgendwie letztes Jahr nicht ergeben, aber kriegen wir bestimmt mal hin. Sag gerne Bescheid, wenn das wieder ist, dann schauen wir mal, ob das passt. Ja. Ich würde sagen, ich mache mit der letzten Uhr weiter und das ist auch eine Uhr, die relativ neu ist, relativ neu vorgestellt und ja, eine Uhr, die auch, ich würde mal sagen, in Social Media relativ präsent war und wir haben hier wieder viele verschiedene Farben. Wir haben eine Funktion, die für das ganze Urlaub, Sommer, Sonne Thema ganz vernünftig ist, für denjenigen zumindest, der so ein bisschen weiter reist und das ist eine Mido. So, jetzt werdet ihr wahrscheinlich schon alle wissen, welche ich meine und zwar ist es die Ocean Star Decompression World Timer. Cool. Und ja, ich bin ja immer mal so ein bisschen dafür bekannt, dass ich gerne mal irgendwie so Vintage-Reissues hier aufgreife und das Ganze thematisiere und so auch hier. Das Ganze, ja, lehnt sich eben an diesen ganzen Neo-Vintage-Stil an, so wird es hier zumindest beschrieben, dann aber dennoch natürlich mit neuer Technologie ausgestattet. Das heißt, man hat hier dann, ja, ein Ether-Werk drin, wird wahrscheinlich auf dieser ganzen Powermatik-Geschichte basieren, weil wir haben hier 80 Stunden Gangreserve und ja, Datum und eine GMT-Funktion, soweit ich weiß, oder ich gehe einfach mal davon aus, dass es jetzt nicht diese True-GMT-Funktion sein wird. Das heißt, man kennt es ja von so ganz großen Klassikern in der GMT, in dem GMT-Bereich wie jetzt der GMT-Master, dass man da dann eben nicht den GMT-Zeiger eigentlich verstellt, sondern man eben vier Kronenpositionen hat und auf der einen Position zum Beispiel eben ganz normal die Uhrzeit einstellen kann, bei der bewegt sich halt eben auch der GMT-Zeiger mit und dann gibt es halt eben als Besonderheit noch eine Funktion, wo der Sekundenzeiger nicht stoppt, wo man dann halt eben auch nur den Stundenzeiger der Lokalzeitverwenden verdrehen kann und dementsprechend darüber dann halt einfach immer dann auf dem GMT-Zeiger die Travel-Time angezeigt hat, das heißt, nee Quatsch, die Heimatzeit und dann auf der auf dem Stundenzeiger dann eben noch die verschiedenen, auf dem Stundenzeiger dann eben noch die verschiedenen, auf dem Stundenzeiger dann eben noch die Lokalzeit, also die Zeit, wo man dann halt gerade eben hingereist ist. Hier hat man dann eben noch verschiedene Sachen auf dem Ziffernblatt, das heißt, es kombiniert eben so eine klassische GMT-Uhr mit einer Taucheruhr, deswegen Decompression, weil man in der Mitte dann eben halt noch Skalen hat oder so eine Skala hat, wo dann halt eben ganz klar gegeben ist, bei welcher Tauchtiefe, wie viel Meter das entspricht, also jetzt zum Beispiel dann hier eben 80 Fuß entsprechender Tauchtiefe von 25 Metern, das Ganze geht hier eben von 80 bis 130 Fuß und darüber kann man dann halt hier eben innen drin gegeben im Prinzip die Dekompressionszeiten bestimmen. Dekompressionszeichen für die Zeiten, für die Leute, die jetzt eben mit Tauchen nichts zu tun haben, sind im Prinzip eben die Zeiten und vor allem halt eben auch die Tiefen, bei denen man dann halt eben Pausen einlegt, um halt den Körper wieder an die gewisse Tiefe zu gewöhnen und dementsprechend halt eben schonend langsam aufzutauchen und es ist halt eben sehr wichtig, da eben die Zeit im Blick zu haben, weil man halt eben nicht einfach so schnell auftauchen kann, ohne ernsthaft zu nehmende gesundheitliche Schäden in Kauf zu nehmen und dazu kommt halt eben dann noch die Tatsache, dass man halt einfach das gut planen muss, wie man auftaucht, einfach damit man halt genug Luft hat und das hat man eben hier dann in so einer GMT-Kombination kombiniert, hat auf die Planente dann trotzdem eben so ein bisschen die verschiedenen Zeitzonen gegeben, dass man das da dann eben auch noch einstellen kann und sieht, in welcher Reihenfolge das zum Beispiel ist, wie viel Abstand zwischen den einzelnen Zeitzonen liegt und zudem halt auch noch gegeben 10, 20, 30, 40 und 50 Minuten Markierung und auf 12 oder eben 60 Minuten oder 0, je nachdem wie man es sehen möchte, mit einer Leuchtperle versehen. Gibt es in schwarz und in blau, das heißt, das unterscheidet sich dann vor allem eben in der Glünettenfarbe und im Kautschukband. Gibt es halt eben am Kautschukband gibt es eben alternativ beziehungsweise kommt gleichzeitig, was ich sehr cool finde, auch noch mit einem Metallband, das ist so ein Milaneseband, was für mich sehr, sehr gut zu der Uhr passt und hat dementsprechend hier dann die sehr gute Auswahlmöglichkeit. Beides passt natürlich sehr gut zu diesem Sommerthema, ist beides luftdurchlässig beziehungsweise lässt sich auch gut abwaschen. Wir haben hier einen Durchmesser von 40,5 Millimeter. Wir haben einen Lack-zu-Lack, wobei das wirkt gerade, das kann ich mir gerade nicht vorstellen. Ich glaube, da ist irgendwie was falsch gelaufen auf dem Ziffernblatt, weil hier steht in der Beschreibung, dass wir eine Länge von 44,5 Millimetern haben und eine Breite von 44,5 Millimetern. Ich glaube, das bezieht sich dann eben nur auf das, auf die Lunette und nicht auf das eigentliche Gehäuse, aber so irgendwas um die 40 Millimeter wird das sein. Wir haben eine Gehäusehöhe von 13,4 Millimetern. Wir haben eine Bandanschlussbreite von 21 Millimetern, verschraubte Krone, Saphir-Glas und eine Wasserdichtigkeit von, ich finde es hier gerade gar nicht, doch, 200 Metern und zwei Jahre Garantie. Das Ganze wiegt 220 Gramm. Ich denke mal, am Milaneseband, am Kautschukband wird es ein bisschen leichter sein. Genau, Kaliber 80 hatte ich gesagt, 80 Stunden Gangreserve, ETA-basiert, Chronometer zertifiziert und das Ganze kostet im Gesamtpaket mit Stahlband und Kautschukband 1360 Euro, was ich in dem Bereich echt schlagbar finde. Die Stahlband und das Kautschukband haben eine Schnellwechselfunktion, das heißt, über so einen Schnellwechsel Federsteg kann man das sehr schnell und einfach auswechseln, was halt auch gut zu diesem ganzen Sommerthema passt und kann man sich noch so ein Schnellwechsellederband oder sowas dazu holen und dann hat man halt wirklich, ja, alle Bereiche im Urlaub abgedeckt, egal ob es jetzt irgendwie dann vielleicht das etwas schickere Abendessen ist, wo man das Lederband nimmt oder der Tag am Pool mit Kautschukband oder dann irgendwie eine sportliche Aktivität mit dem Stahlband. Also deswegen eine sehr vielseitige Uhr, sehr cool und definitiv, ja, was, was vielleicht noch nicht unbedingt jeder auf dem Schirm hatte und, ja, man gut in diese Kategorie einbringen kann. Ja, sehr coole Wahl, muss ich sagen. Ich mag die Uhr echt gerne. Ich verstehe gar nicht, wie ich diese Uhr im Vorfeld jetzt gar nicht auf der Liste hatte, weil tatsächlich hatte ich die mal von Mido auch ausgeliehen. Gerade auch hier diese Variante, dieser Decompression World Timer mit dem blauen Zifferblatt. Und ich hatte mir, als ich die Uhr hatte für so ein Shooting, ein paar Bilder machen, habe sie ein paar Tage lang tragen dürfen. Und da habe ich mir noch gedacht, das ist eine super coole Sommeruhr, gerade mit diesem blauen Band, das so ein bisschen so Dropix-Strap-mäßig ist. Richtig, richtig lässige Uhr. Die Farbgebung, das hat natürlich so Vintage-Charme, das wirkt so ein bisschen so irgendwie 60er, 70er Jahre-like. Aber super lässig und das ist eine Uhr, die schreit einfach danach, dass du da irgendwie, dass du die mit Badehose am Pool trägst oder am Strand. Also ich weiß nicht. Es ist auch so eine Uhr, die für mich absolutes Urlaubsfeeling hat, auch gerade durch diese World Timer-Geschichte. Ich finde, World Timer ist sowieso immer so, das hat immer sowas von Reiseuhr. Und die Uhr hier, die schreit für mich irgendwie auch Urlaub. Die schreit danach, dass ich jetzt irgendwie in den Sommerurlaub fliege und irgendwie die Welt erkunde und Spaß habe und einfach das gute Wetter genieße. Und ja, finde ich ein sehr, sehr starkes Ding. Und ich muss auch sagen, zu dem Preis von 1.360 Euro, was sie kostet, ist es ein richtig, richtig attraktives Gesamtpaket. Also sehr, sehr viel Uhr für das Geld. Und man muss sagen, diese Decompression-Timer von Mido sind ja sowieso auch sehr begehrt bei der Community. Da gibt es ja immer mal wieder Varianten. Manche waren limitiert. Ich glaube, die ist jetzt nicht limitiert. Die waren immer ruckzuck ausverkauft, weil einfach die Nachfrage nach den Dingern sehr, sehr hoch ist. Und das hat schon seinen Grund, weil die sind einfach auch gut gemacht. Also ich bin Fan. Ja, sehr schön. Das freut mich. Das freut mich sehr, dass ich dich da zumindest glücklich gemacht habe. Hast du auf jeden Fall. So, dann würde ich jetzt zu meiner letzten Uhr übergehen. Und ich hatte es ja eingangs schon mal kurz erwähnt. Ich habe eine Uhr, die unter 500 Euro kostet. Und das ist für mich ungewöhnlich. Ich habe überlegt bei dieser Drei-Uhren-Kollektion, okay, naja, ich habe irgendwie so einen Diver drin gehabt. Ich habe dann so eine allgemeinere Sportuhr drin gehabt. Und dann dachte ich mir, an sich wäre es cool, auch ein bisschen was, noch vielleicht ein bisschen was irgendwie, ja, Schickeres ist vielleicht jetzt nicht ganz richtig, aber was schon eher so in die Richtung schicke Sportuhr geht für den Sommer. Und ja, da bin ich, war ich dann relativ schnell auf dem Thema, dass ich dachte, vielleicht wäre so eine Uhr mit integriertem Armband eigentlich auch eine Geschichte, die irgendwie ganz cool ist, wenn man da irgendwas findet in die Richtung. Und ich habe zunächst, das nenne ich jetzt einfach eingangs, ich war zunächst bei der Frédéric Constant Highlife Klassiker, ja, so die klassische Highlife mit dem... Haben Sie hier aber schon drüber gesprochen im Podcast? Ich weiß, ich weiß. Ja, ja, ich weiß. Deshalb habe ich Sie auch nicht ausgewählt. Mit dem schönen blauen Zifferblatt, wunderschöne Uhr, coole Uhr. Aber wir haben natürlich im Podcast schon drüber gesprochen. Wir hatten das Thema schon mehrfach und ich dachte, na gut, da hole ich jetzt irgendwie nichts Neues hervor, was jetzt für euch einen Mehrwert bringt, weil ihr das Modell einfach schon kennt. Das andere Modell werden viele von euch auch kennen, weil die Uhr hatte jetzt schon auch ziemlich einen Hype in der Community gehabt in den letzten Jahren und trotzdem haben wir, glaube ich, hier im Podcast noch nie wirklich drüber gesprochen. Und deshalb möchte ich Sie einfach jetzt auch mal hier ins Gespräch bringen. Und zwar geht es um die Marke Citizen und das Modell heißt Tsuyosa. Oder man kann auch den kryptischen Namen wählen, NJ0151 Bindestrich und dann je nach Zifferblattfarbe gibt es eine unterschiedliche Referenz. Aber Tsuyosa ist japanisch für Stärke und das ist eine Uhren-Kollektion, die, als sie vorgestellt wurde, ich meine, das war tatsächlich so vor zwei Jahren schon gewesen. Das müsste sowas 2021 gewesen sein. Da sorgte die für ziemlich Hype und die ist nach wie vor auch noch sehr, sehr begehrt und immer wieder auch ausverkauft gewesen. Ich glaube, mittlerweile ist die Verfügbarkeit ganz gut. Also zumindest konnte ich sie jetzt hier in diversen Online-Shops von diversen großen Händlern erkennen oder finden. Aber es ist eine Uhr auf jeden Fall, als sie vorgestellt wurde, da haben die Leute alle gesagt, wow, das ist krass, ja, weil sie in verschiedenen Zifferblattvarianten verfügbar ist. Grün, Gelb, Babyblau-Turkis, dann so ein Dunkelblau. Also es gibt zig Zifferblattvarianten. Und die Uhr, wenn man sich die anschaut, die ist auf den ersten Blick so ganz typisch dieses, ja, dieses Seventies-Design, dieses Thema integriertes Armband. Das Gehäuse hat auch das, was man gerne diesen Genta-Knick nennt. Also das, was ihr zum Beispiel auch von der Royal Oak kennt, da knickt ja quasi so, dass das Gehäuse zum Band hin so ab, ja. Und da ist so eine sehr, sehr starke, sehr, sehr scharfe Kante bei so einer Royal Oak zum Band hin. Und das gleiche Design-Element hat auch jetzt hier diese Citizen zu Yosa. Also diesen Genta-Knick, der ganz klar eine Referenz so an dieses 70er-Jahre-Design ist. Das Band selbst, was an der Uhr verbaut ist, das erinnert so ein bisschen an so ein President-Band von Rolex. Das ist so vom Stil tatsächlich geht es so etwas in diese Richtung. Das kann man natürlich sagen, haben wir jetzt hier irgendwie so ein Mix aus verschiedenen Stilen von anderen Uhren. Ja, vielleicht. Aber das ist nicht schlimm. Trotzdem sieht das Gesamtkonstrukt der Uhr einfach ganz cool aus, das Gesamtkonzept. Das Zifferblatt an sich ist eher schlichter gehalten. Man hat klassische Stabindizes. Man hat ein Datum auf drei Uhr. Das Datum hat eine Lupe. Auch das ist so etwas, was so ein bisschen an Rolex erinnert. Deshalb sieht die Uhr wurde auch manchmal irgendwie so mit Datejust oder Oyster Perpetual Modellen verglichen, auch gerade vom Zifferblatt-Layout her. Es ist trotzdem jetzt keine, das muss man ganz ehrlich sagen, es ist keine irgendwie, keine Hommage oder sowas, sondern es ist halt einfach, man greift halt verschiedene Design-Elemente sicherlich von anderen Uhren auf und bringt sie hier aber in ein ganz stimmiges Gesamtkonzept. Was auch eine Besonderheit ist bei dieser Uhr, wir haben eine ins Gehäuse eingelassene Krone und zwar auf vier Uhr. Die ist wirklich so in das Gehäuse versenkt. Das heißt, die steht gar nicht so heraus. Dadurch wirkt auch der Look der gesamten Uhr einfach sehr stimmig, sehr, sehr ausgewogen und man kann halt diese Krone unten, wie gesagt, bei vier Uhr einfach so rausziehen. Das ist so ein bisschen friemelig tatsächlich mit den Händen, muss man sagen. Also gerade, wenn irgendwie die Fingernägel kurz geschnitten sind, dann muss man da so ein bisschen, ja, muss man gucken, wie man das rausgezogen kriegt, aber es funktioniert natürlich auch und wie gesagt, zugunsten der Optik oder wirkt sich das auf jeden Fall positiv aus, dass die Krone jetzt hier so eingelassen ist. Ich persönlich muss sagen, ich habe diese Uhr, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich so gedacht, naja, ist jetzt nicht so meins. Ich muss aber sagen, je häufiger ich sie gesehen habe, desto cooler finde ich sie. Vom Durchmesser misst sie 40 Millimeter. Es ist ein Edelstahlgehäuse. Sie ist knapp 12 Millimeter hoch oder 11,7, um ganz genau zu sein. Das heißt, sie trägt nicht zu hoch auf. Das ist von der Proportion absolut ausgewogen, muss man ganz klar sagen. Man hat ein Saphirglas verbaut. Auch das, in dem Preissegment muss man das ja noch erwähnen, wenn das so ist. Die Uhr ist leider, das ist das einzige Manko aus meiner Sicht, ist leider nur 5 Bar wasserdicht. Also das reicht natürlich. Also 50 Meter ist natürlich wunderbar. Du kannst natürlich trotz allem die Uhr irgendwie beim Duschen anziehen. Du kannst sie auch mal unter das Wasser halten. Für längere, ausführliche Schwimmvorgänge würde ich sie wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt nehmen. Ja, also gerade, wenn es dann irgendwie ein bisschen wilder zugeht oder irgendwie Wasserballschlacht im Pool oder sowas, das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt die richtige Wahl. Aber man kann sie auf jeden Fall dann irgendwie abends mal unter warmem Wasser irgendwie abspülen, auswaschen. Man kann sie beim Duschen anbehalten. Also das funktioniert schon. Insofern erfüllt sie da auch für mich die Kriterien einer Sommeruhr, wenn man die ein bisschen weiter auslegt. Das Band, klar, ich finde das vom Design her ganz cool. Man muss aber auch realistisch sein. Du darfst jetzt in einem Preissegment, also die Uhr kostet 300 Euro, da darfst du natürlich jetzt keine Wunder erwarten. Ja, die Schließe ist eher einfach gehalten. Das ist so eine, ja, so eine Falschließe. Die sieht ganz ordentlich aus, aber die ist natürlich de facto schon auch einen Ticken klapprig. Das ist einfach so. Ja, das ist, die ist jetzt auch nicht unglaublich schön gemacht. Sieht ordentlich aus, aber es ist jetzt, also darf man, wie gesagt, keine Wunder erwarten. Im Inneren der Uhr ist das Miota 8120 verbaut. Das ist ein Automatikkaliber. Man sieht das Werk durch einen Saphirglasboden. Ehrlich gesagt, das hätte man sich aus meiner Sicht sparen können. Das finde ich persönlich einen Ticken unnötig, weil das Werk ist jetzt wirklich nicht schön. Also das besticht eher durch irgendwie so goldene Messingtöne. Die Schwungmasse sieht recht einfach aus. Die Platine ist jetzt nicht sonderlich schön verziert. Ich hätte das Werk einfach versteckt, ehrlich gesagt, weil das ist wirklich jetzt nichts, was man sich angucken muss. Aber natürlich in dem Preissegment wird natürlich gerne das Werk gezeigt. Einfach auch zu betonen, hey, das ist auch hier Automatik. Es handelt sich hier nicht um ein Quarzwerk. Ja, insofern verstehe ich das. Aber für jemand, der wirklich Uhrenliebhaber ist, der muss sich so ein Werk jetzt nicht ständig anschauen. Aber okay, damit kann ich leben. Das Werk ist absolut robust und zuverlässig. Da kann man gar nichts zu sagen. Das läuft und läuft. Das ist so ein Traktorenwerk. Und ich muss sagen, ich finde die Uhr einfach in Summe ganz, ganz chillig. Ich würde die Variante mit dem gelben Zifferblatt nehmen, was so ein richtig schönes Zitronengelb ist und kräftiges Gelb. Wirkt warm, wirkt sommerlich. Und ich finde, das ist halt so eine Uhr, die kannst du einfach entspannt mit in den Urlaub nehmen. Da machst du dir keine Gedanken. Wenn du dir eine Macke reinhaust, ist es nicht schlimm. Sollte die Uhr, selbst im Worst Case, sollte die Uhr irgendwie abhanden kommen, dann wäre es jetzt auch nicht der Weinbruch. Ja, also wie gesagt, 300 Euro sind natürlich auch Geld, aber das wäre verschmerzbar im schlimmsten Fall. Und das ist, glaube ich, so eine Uhr, da braucht man sich einfach nicht viele Gedanken machen. Und die kann man einfach entspannt mit in den Urlaub nehmen. Und insofern habe ich gedacht, ich bringe auch sowas mal auf die Liste. Und ich finde es ja einfach optisch irgendwie auch ganz lässig, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Es sind sehr viele Punkte, die für die Uhr sprechen. Ich glaube, als kleiner Nachtrag noch, weshalb die am Anfang so gehypt und begehrt war, war eigentlich vor allem der Punkt, dass die am Anfang, glaube ich, Japan-exclusive war. Genau, das stimmt. Und ja, nur in Japan dementsprechend verkauft wurde. Und es sind dann halt mal so ein paar für horrende Preise irgendwie nach Europa rübergeschwappt, beziehungsweise Leute haben sich die mitgebracht und dann versucht, die für viel Geld zu verkaufen. Mittlerweile ist sie jetzt ja auch in verschiedenen Varianten hier in Europa oder in Deutschland verfügbar. Dementsprechend sind da die Preise jetzt nicht mehr so exorbitant, wie sie mal waren. Aber für 300 Euro auf jeden Fall eine schöne Uhr, die man da mal auf dem Schirm haben kann. Ja, eigentlich kann man machen. Wir sind zwar jetzt durch mit den Uhren, aber eine Uhr, die ich nochmal erwähnen wollte, ja, braucht man sie noch groß erwähnen, Tissot PRX. Ja, natürlich. Klassiker. Hat jeder wahrscheinlich schon mal gesehen, jeder schon mal in der Hand gehabt. Und ich bin ja ein großer Fan von der kleinen Variante mit Quarzwerk, einfach weil ich sie vom Preis-Leistungs-Verhältnis her nochmal besser finde. Und das auch so eine Uhr ist, da bräuchte ich nicht unbedingt die mechanische Variante. Die mechanische Variante ist mit 41 Millimetern und diesem integrierten Design natürlich sehr, sehr groß oder trägt sich sehr groß. Und da finde ich für 35er cooler. Und es gibt da jetzt relativ neu noch so eine Variante, also es gibt da ja schon vorher gab es so ein Babyblau und verschiedene Varianten. Und relativ neu gibt es jetzt noch so eine, ja, das ist so ein Mintgrün. So ein glasses Grün eher, so ein bisschen stähler, stahlfarbeneres Grün mit so einem leicht silbernen Touch, auch mit einem schönen Silberblattschliff. Die wollte ich einfach nochmal erwähnen. Kann ich mir auch jetzt gerade im Sommer irgendwie für so Städtetrips oder sowas sehr cool vorstellen. Kostet, glaube ich, irgendwas um die 400 Euro oder sowas. Also dementsprechend da auch absolut in einem fairen Preissegment für die Klasse oder für das, was man bekommt, für eine Schweizer Uhr. Und dementsprechend, ja, die wollte ich noch erwähnen. Ansonsten, ja, fällt uns sonst noch was ein, was man unbedingt erwähnt haben muss in dieser ganzen Kategorie. Ich habe sonst jetzt, ehrlich gesagt, da gar nicht viel mehr auf der Liste gehabt. Wir haben halt über viele Sachen schon gesprochen, was natürlich dann immer sowas ist, was immer gut geht im Sommer, auch gerade auf Reisen, sowas wie Hamilton, Kaki Field, solche Geschichten. Ja. Kannst du ja selbst aus eigener Erfahrung wahrscheinlich auch sagen. Aber das haben wir natürlich auch schon zigmal hier erwähnt. Ich hatte jetzt gar nicht so viele weitere Alternativen auf der Liste. Ich fand das cool, dass du die Mido hier nochmal hochgebracht hast, weil die hatte ich eigentlich selbst für mich immer als Sommeruhr verbucht und habe sie aber irgendwie dann in Vorbereitung auf die Folge gar nicht abrufen können, also so gedanklich. Weil die ist für mich auf jeden Fall, die schreit einfach auch nach Sommer. Also die ist richtig cool. Ja, also ich denke mal noch so als Tipp, ihr könnt natürlich einfach die Marken, die wir genommen haben oder genannt haben, einfach mal abchecken, einfach mal schauen, was machen die so. Weil Doxa macht noch viel mehr Sommeruhren oder Uhren, die man im Sommer gut tragen kann und ganz andere Diver-Designs noch. Mido hat natürlich auch mit der ganz normalen Ocean Star oder sowas auch Uhren, die vielleicht nicht so in diese Vintage-Richtung gehen, aber trotzdem eben sehr gut sportlich für den Sommer tragbar sind. Gleiches geht natürlich für Formex, dann muss es nicht die legerer Splash sein, sondern kann halt auch eben die normale Formex Essence sein. Ansonsten, ja, schaut auch nach gebrauchten Uhren. Ich glaube irgendwie Breitling Colt oder sowas könnte man, glaube ich, auch um die 2000 Euro kriegen, oder? Gebrauchst auf jeden Fall, ja klar. Ja, sowas wie Tagheuer Aquaracer kann wahrscheinlich auch klappen, unter 2000 Euro gebraucht oder um die 2000 Euro gebraucht. Omega Seamaster, vielleicht Quarz-Varianten aus den 90ern, frühen 2000ern, kann um die 2000 Euro auch hinhauen mit etwas Glück. Ansonsten, ja, ich glaube, das war es fürs Erste. Mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein, was ich da noch nennen wollen würde. Aber, ja. Naja, es sind ja ein paar solide Sachen dabei. Also, da vielleicht auch der Aufruf natürlich wieder an euch, ja. Also, schreibt uns da auch gerne mal, welche Sommeruhr ihr in diese Kategorie reinnehmen würdet, was ihr auswählen würdet, wenn ihr jetzt 2000 Euro Budget hättet und mit einer Uhr in den Sommerurlaub zum Beispiel fahren wollen würdet. Das ist für uns natürlich immer super spannend und wir freuen uns da wirklich über jede Interaktion von euch, sei es jetzt in der Urteil-Community-Gruppe oder halt über Instagram, über die diversen Kanäle. Also, meldet euch da gerne. Haben wir Bock drauf, mit euch weiter auch in die Diskussion zu gehen. Ja, auf jeden Fall. Ich bin nur gerade echt ein bisschen geschockt, wie schnell wir jetzt doch durch sind. Also, ich erinnere mich an... Ja, wir werden immer schneller. Die ersten Folgen, drei Uhr unter, haben wir, glaube ich, ewig lange ausgeführt. Ja, anderthalb Stunden und mehr. Ja, aber ist ja nicht schlimm. Also, ist da eine solide Stunde jetzt hier, die wir jetzt hier runtergerockt haben. Wir werden rotierter, wir werden rotierter. Richtig. Bald machen wir den eigenen Konzi auf, weil wir so schnell Uhren präsentieren können. Da kommt dann der Kunde rein, so Sommeruhr, Budget unter 2000 Euro, bam, bam, bam. Und, ja, sehr cool. Nee, freut mich. Vielen Dank für die Aufnahme. Lasst uns da gerne Feedback zukommen. Erzählt uns, wo ihr in den Urlaub fahrt, welche Uhr ihr mitnehmt. Ich fahre morgen, also am Sonntag, wo die Folge rauskommt, für einen Tag nach Berlin für ein Konzert. Weiß da noch nicht so ganz, welche Uhr ich mitnehme. Keine Ahnung, kann ich noch nicht sagen. Also, ich glaube, es wird Tudor oder Nomos. Tendenziell eher Nomos. Ansonsten fahre ich dann nächstes Wochenende nach München. Ich glaube, da werde ich auch Nomos oder EWC mitnehmen. Weiß ich nicht. Kann ich noch nicht sagen. Eins von beidem. Oder vielleicht auch die Tudor. Muss ich echt nochmal entscheiden. Kann ich noch nicht ganz genau sagen. Ansonsten war es das von mir erst mal. Urlaubsplanung ist noch nicht ganz abgeschnitten, abgeschlossen, besser gesagt. Es soll im September in die Toskana gehen. Aber welche Uhr ich da mitnehme, das weiß ich noch nicht. Das ist noch zu weit im Voraus. Ja, aber mir wird es dies ja auch eher später mit dem Urlaub. Ich bin auch gerade so in der Planung. Ich muss noch was raussuchen. Wird wahrscheinlich auch irgendwas September, vielleicht sogar Oktober, November. Also, vielleicht wird es wirklich ein richtig, richtig später Urlaub. Aber dann halt vielleicht auch ein bisschen weiter weg, dahin, wo es dann noch warm ist. Mal gucken. Aber das ist im Moment auch alles noch in der Planung. Und welche Uhr dann da mitkommt, halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Aber wenn ihr natürlich jetzt auf dem Weg in den Urlaub seid, wünschen wir euch da auf jeden Fall eine tolle Zeit. Genießt es. Erholt euch gut. Hört natürlich weiterhin treu den Uhr-Talk. Ja, jede Woche Sonntag kommt eine neue Folge. Es gibt keine Sommerpause bei uns. Wir ziehen das natürlich konsequent durch. Und ja, ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall einen wunderbaren Sonntag und einen guten Start in die neue Woche. Ja, das ist auch von mir. Vielen Dank und bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.